Was halten Sie von Bäumen? Ich finde Bäume sind sehr wichtig für die Natur, da sie für uns Sauerstoff generieren. Was haben Sie für Bäume in Ihrem Garten? In meinem Garten habe ich zwei Bäume und mehrere Sträucher. Ich weiß nicht die genaue Art vom Baum, weil es mich nicht interessiert. Haben Sie schon einmal Blätter gegessen? Wahrscheinlich, als ich noch sehr jung war, aber nie bewusst. Wie viel Geld haben Sie insgesamt in diesem Jahr fürs Schulbuffet ausgegeben? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde Sie mit ungefähr fünf bis zehn Euro beantworten. Ich als Mensch gehe persönlich nicht so oft zum Schulbuffet. Da das nicht so meins ist, bevorzuge ich lieber den Hofer. Wollen Sie nicht das lokale Unternehmen dieses Schulbuffets unterstützen? Keine Ahnung, ich bin der Typ, der so lokale Betriebe unterstützt. Das ist doch alles etwas. Das war eigentlich sehr unhöflich von Ihnen. Ja, doch. Was halten Sie von dieser Klasse hinter uns? Na ja, ich meine, ich kenne da schon etwas hot aus, aber ja. Gut, kommen wir zurück zu diesem Thema vom Schulbuffet. Ach stimmt, da war ja was, ja. Wie viele Kalorien denken Sie, hat eine Nusskrone? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin jetzt so tippt, dass ich mit Kalorien ausgehe, sonst wäre ich nicht zu dünn, oder? Obviamente, also ja. Wie viele Menschen stehen Ihnen ungefähr beim Schulbuffet an? Sehr viele, viel zu viele, wirklich viel zu viele. Also ich weiß nicht genau, fühlt sich an wie in so einem Sträflingslagezeiten, weil es das nervt echt, also keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sie es da gedacht haben, wenn sie viel rein haben, aber die Reihen sind sowieso voll. Also ja, Management und sowas ist echt nicht deren Stärke. Denken Sie, die Schülervertretung hat verkackt? Ja, auf jeden Fall, deswegen werde ich also nur so nebenbei, ich werde mich dann nicht sehr selber aufstellen lassen, so für Schülerdingens und sowas. Also ja, definitiv, sie haben verkackt. Ich mache alles besser, ja. Also sollten Sie dich wählen? Ja, Spielvertretung, scheiße, ich gut. Ja, genau.